Hallo und herzlich willkommen hier zur VVMagic Show. Heute möchte ich dir etwas Neues zeigen. Das tolle ist, du kannst mitmachen. Ich habe hier sechs verschiedene Karten und eine davon suchst du dir jetzt aus. Denk ganz fest an das Symbol und an den Buchstaben. So, ich drehe die Karten um und nun mische ich sie. Eine Karte lasse ich jetzt verschwinden. Nun werde ich die Karten umdrehen und eine Karte wird verschwunden sein. Das ist deine. Können wir nachschauen? Okay. Schau nach. Deine Karte ist aus den sechs Karten verschwunden. Ich hoffe es hat bei dir auch geklappt. Schreib mir doch unten in die Kommentare, was genau bei dir passiert ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017